recht herzlich willkommen zur 38 folge von avorion ja wir sind eigentlich unterwiesen einer anderen galaxie bin aber gerade überlegen ob nach dem speichern nicht vielleicht noch irgendwie was neues sich aufgetan hat deswegen gucken wir da mal rein biogas das hatten wir letztes mal aber auch 18.200 das könnte sein wäre natürlich jetzt eine sache wo man dann echt überlegen muss nehmen wir es mit kommen wir machen das und gucken dass wir dann bevor wir jetzt hier früh durch die gegend fliegen ohne irgendwas gemacht so also gemacht ist gut ohne irgendetwas mitgenommen zu haben dann bringt dass das ja auch nicht wirklich na lasst uns dann mal ranfliegen das mitnehmen und dann schauen wir hin müssen so wollen wir das heute irgendwo anlocken da oben wäre der nächste punkt so kriegen wir hier mal in die nähe und docken und schwarzes brett die vor einer 20 minuten und für bios an den nahegelegenen stationen und unsere von 8 und 2 machen können wir alles machen akzeptieren war haben wir auch 550 biogas geladen so dann können wir das zu machen jetzt ist die frage gehen noch mal docken und güter handeln die haben hier viel biogas und biogas interessant dass biogas zweimal da ist ein bug oder ein feature keine ahnung mais sauerstoff und wasser wollen die ja wenn wir hier nochmal 150 mitnehmen vielleicht können wir jetzt woanders auch noch loswerden geht nicht lagerraum ist damit voll okay dann weiß ich bescheid dann lohnt das nicht dann nehmen wir nur die 150 biogas mit und fliegen dahin wo wir erstmal hin müssen gehen wir ein bisschen weg hier bevor wir irgendwo dran knallen und dann gucken wir ist das jetzt nicht hier oder ist es hier gut das bedeutet wir schauen da oben in unser menü gucken den auftrag an 255 344 das ist tatsächlich da oben rechts dann würde ich ja fast sagen da lang und dann darunter und dann da hoch oder erst mal fliegen wir einen weiter das ist nach nordost oder das nordost tor und dann müssen wir da eins zum nordost tor und dann müssen wir da eins zum nordost tor weit weg. Obwohl, das war ja gerade ein schönes Dingens Ziel zum Mitnehmen im Endeffekt. So, sieht gut aus. Gut, dann da rein. Und da müssen wir überlegen, ob wir weiter Richtung Nordost fliegen oder ja. Nord-Nordost. Mhm. Ich glaube, dann fliegen wir besser hier rum, weil ich weiß jetzt nicht. Ja, das ist eine ganze Ecke durch fremden Sektoren. Das ist dann besser, wenn wir jetzt das Südost-Tor suchen. Das ist da, Nordost, da ist es, oder? Südost-Tor. Gut, auf geht's. Da oben müssten wir zu lange durch fremde Gebiete, die so rot gekennzeichnet sind vielleicht und das war mir dann doch, oder ist mir dann doch zu heikel, ne? Gut. So, ich glaube, wir müssen dann nochmal die Richtung. Ja. Ist es auch das Tor da hinten? Ost. Ost-Süd-Ost-Tor. Ja, muss es sein, ne? Wir können, ne, wir haben nicht genug Lagerraum, bringt also nichts weiter fliegen. Das Biogas da drin und andere Sachen vielleicht auch noch, aber ich weiß es nicht. Schöne Felder hier unten. Machen wir erst mal die 20 Minuten fertig, die wir zu dieser Lieferungszeit haben. Ich glaube, aus Unterwegs ist dann auch nicht so gut, ne? Ich glaube, da müssen wir sowieso da hin, ne? Ost-Nord-Ost-Tor. Ja. Das war ja nur so ein Zwischensektor. Hier ist nix, ne? Oh, wir sind alle. Das ist schlecht. Energie baut sich aber gerade wieder auf. Ja, müssen wir mal ein bisschen Energie aufladen, dass es weitergeht. Das ist natürlich dann langsam, ne? Ist klar. Wir können ein paar Triebwerke drunter bauen, dann wird es auch schneller gehen. 433 Meter die Sekunde haben wir zur Zeit. Machen wir jetzt ein bisschen schneller. So, und dann da durch. Wunderbar. Dann müssen wir hin. Ja, jetzt müssen wir zu diesem Tor. Nord-Ost-Tor. Ja, machen wir mal. Da oben würde auch gehen, ne? Nord-Nord-West. Aber wir nehmen das Nord-Ost-Tor, weil ich glaube, dann sind wir dann direkt da. Danach müssen wir ein bisschen aufpassen, wo wir sind, ne? Roter Sektor. Machen wir ein bisschen näher, können wir noch das Wand sehen. Ich dachte, wir wären jetzt schon näher. So, rotes Tor bedeutet nichts Gutes wahrscheinlich. Ein böser Sektor. So, schnell in die Karte geguckt. Und da müssen wir jetzt direkt nach Norden. Nord-Tor. Gut. Rechts sind schon irgendwelche Leute. Ich will nicht hoffen, dass wir da was mit zu tun kriegen. Ja, rechts sieht man da, das ist ein Schiff, oder? Könnte aber auch ein Frachter zum Beispiel sein, ne? So, jetzt müssen wir nur ein bisschen Energie sparen, weil wir müssen ja auch mal zurück, ne? So. So, jetzt schauen, wo wir die Lieferung abgeben müssen. Zwölf Minuten haben wir noch. Handelsposten ist die Adresse des Empfängers. Okay. Das ist keiner. Das ist der Handelsposten. Stahlfabrik. Ne, das müsste da... Ne, das ist ein Maisfabrik. Das ist ein Tor. Wo ist der Handelsposten? Fregatte? Fregatte? Was ist das da unten? Stahlfabrik? Da unten ist der Handelsposten da. Gut, dann fliegen wir da schnell hin. Ich denke mal, das wird auch unser Handelsposten sein. Können wir ja gerade reingucken. Ja. So, schnellstens da hin. Und dann schauen wir mal, was geht oder nicht geht, ne? So, Dockingplätze bitte anzeigen. Da. Da. Die Schiffe kommen schon raus. Okay. Docken können wir schon. 150 Biogas abliefern. Und... Und... Mission erfolgreich. Gibt es hier was auf dem schwarzen Brett? Nein, habe ich mir gedacht. Da ist noch wer. Schwarzes Brett. Die wollen 100 Kartoffeln haben. Auch schön. Ist das das Südtor? Ja, da müssen wir also hin. Dann haben wir da noch wen. Das ist aber eine Fregatte. Das sind die Allianzschiffe. Wen haben wir da? Maisfarben. Sauerstoff sollen wir liefern. Das wäre möglich. Ist das da hinten die Stahlfabrik? Ja. Hat die was lukrativeres. Liefer innerhalb von 20,9 Stahlanlage legende Stationen. Ich hätte jetzt gedacht, dass es ein bisschen mehr hier gibt, ne? Das ist ziemlich weit weg. Oh. Ich glaube, wir fliegen weg. Wir wollen uns treffen und haben uns sogar getroffen. Ich glaube, wir fliegen dann schnell durchs Tor wieder weg. Macht keinen Sinn, hier zu bleiben. Ist das Südtor? Na ja. Gut. Und. Ist das das Südwesttor richtig? Wir könnten auch Südosten fliegen mal. Ist das das Südosttor? Das ist das Westtor. Ne, dann brauche ich das nicht. Da unten? Ne, das ist unser Tor, wo wir gerade herkommen. Das haben wir ausgewählt. Da ist eins. Und das ist auch blau. Südwesttor ist blau. Na komm, dann fliegen wir da mal hin. Ne, warte mal. Da kommen wir ja her. Da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte zum Ost-Süd-Ost-Tor. Ein Ost-Süd-Ost-Tor brauche ich. Das ist es. Gut, dann fliegen wir zum Süd-Ost-Tor, weil da waren wir noch nicht. Glaube ich jedenfalls. Und wenn wir da sind, dann wird es vielleicht wieder ein bisschen sicherer sein. Dann reparieren wir uns erst mal. Und dann schauen wir weiter. Ja, sieht besser aus hier. Nicht alles rot. B. Schiff reparieren. Repariert. Sollte man gerade überlegen, ob man nicht noch was dran baut. Sollten wir noch ein bisschen erweitern. Wäre auch nicht verkehrt, ne? Eisengerüst. Titangerüst. So, da einen hin. Da einen hin. Da. Dort. 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 Und dort. In der Mitte würde ich ja auch noch gerne was machen. Warte, wir müssen ja die rechte Maustaste drücken. Hier, ne? Geht doch da hin, oder? Ne, wird nicht hingehen. Aber hier unten runter vielleicht. Vielleicht können wir da einen reinbauen. Mal schauen. So, dann Frachtraum. Ne, da haben wir 4000. Das hier, Hülle. Triebwerk, Stein. Da ist er. Jetzt müssen wir ein bisschen größer werden, aber wir könnten, naja, man könnte ja auch diese... Ist jetzt egal. Das ist was. Ich glaube noch einen mehr, ne? Weite passt. Länge ist jetzt wie unten. Ich glaube, die untere ist auch die bessere Größe. Obwohl, da war das einmal ausgleichen müssen wahrscheinlich dann, ne? Jetzt müssen wir noch die Höhe hinkriegen. Das ist es nicht. Das ist es. Na, komm schon. Papp da dran. Ah, jetzt haben wir ihn. So, und jetzt hier unten noch. Da müssen wir aber für breiter werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt gefruchtet hat, aber es sieht relativ gut aus. So, und hier unten. Die müssten jetzt einen Tacken größer werden hier vorne, ne? Ich den da jetzt dranemache, ist das dann gut? Ne, ist auch wieder falsch. Hm. Ach so, jetzt ist der auch sowieso verkehrt hier. Dann entfernen wir den mal wieder. So, dann müssen wir jetzt die Breite, die Länge verkürzen. Und die Breite kleiner machen. Der würde jetzt so passen. Und der muss so groß werden wie der. So. Wenn wir die jetzt hier dranepappen, müssten wir vorne endlich gleiches Maß haben, oder? Dieser hier ist anders. Auch schön, ne? Bedeutet auswählen, entfernen. Und Irgendermaßen muss jetzt erändert werden. Warte, dann gehen wir auf diese Seite, dann können wir das auch wieder hinkriegen. Ich glaube, jetzt passt's auch. Ne. Das war jetzt verkehrt. Weil nicht an der richtigen Stelle gedockt. Da, jetzt müsste es aber passen. Die sind alle nicht passend. Die da auch nicht. Der ist zu klein. Weißt du was? Machen wir jetzt nicht mehr. Lassen wir mal so. Weil das piept mir zu viel, dass da irgendwelche Leute sind, die mir da was kaputt machen wollen. Diese da, die roten. Deswegen, das lassen wir mal besser sein. Wir bräuchten allerdings noch gerade eine Crew. Oder ein Crewmitglied. Ein Mechaniker. Den kriegen wir definitiv hier unten. Dann müssen wir da gedockt sein, oder nicht? Weiß ich gar nicht mehr. Crew erneuern. Ein Mechaniker. Wo war ein Mechaniker? Waren hier irgendwo Mechaniker? Security, Leutnant? Ne, dann muss das hier sein. Ich wollte nur einen haben. Du musst die Station gedockt haben. Auch das geht nicht per Beam, sondern müssen wir dran edocken. Gut, dann machen wir das mal schnell. Dockingport da oben. Da ist wohl einer noch näher. Ah ne, das ist keiner. Dann dock da hoch. Bisschen näher noch. F gedrückt und Crew anheuern. Der ist noch ausgewählt. Passt. Und nochmal reingucken. Schwarzes Brett. Kein Auftrag verfügbar. Was gab es sonst so zu kaufen hier? Tesla Spolen. Industrie. Tesla Spolen. Sehr interessant. Da haben sie 15 von. Aber es ist jetzt nicht so wirklich, wo ich sagen würde, ja, das machen wir. Stahl hätten wir eben mitnehmen können. Die brauchten das hier. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.